Dass sich die guten Freunde, die ein 10 Jahre hochjubeln, dann plötzlich verabschieden und sagen, ach du, du wirst vor Gericht stehen, das geht ja gar nicht, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Obwohl die gar nicht wissen, wie es genau gewesen ist. Und du hast viel mitgemacht die letzten zwei Jahre, hast wirklich die Schlagzeilen gefüllt. Und dann war es aber so, dann kam der Freispruch. Genau, dann kam der Freispruch und alle Anklagen konnten. Und dann waren alle wieder da. Dann waren sie alle wieder da. Und dann waren die Spaßfüge. So ist es aber im Leben. Aber es gibt Menschen, die wirklich die ganze Zeit zu dir gehalten haben. Auch in dieser unglaublichen Zeit, mit diesen Vorwürfen, die wirklich entkräftet worden sind. Und da gab es eine Frau, die hat immer zu dir gehalten. Und für sie hast du ein Lieb gemacht. Genau, das ist meine Frau, meine Managerin, die Ela. Und das spiegelt so die letzten zwei Jahre wieder, weil sie waren wirklich hart die letzten zwei Jahre. Und darüber wurde ein Song gemacht. Das Ganze heißt, nach all der Zeit, hört einfach mal rein. Und meine Frau singt ja sogar mit. Sie kommt zwar nicht auf der Bühne, aber ihr hört sie jetzt noch für euch nach all der Zeit.